Mein Name ist Lutz Häusler, bei Burmester bin ich für die Entwicklung der Soundsysteme verantwortlich. Die grundlegende Philosophie von Burmester ist, dass wir das, was der Künstler im Studio produziert hat, für den Musikliebhaber im Automobil wiedergeben. Jeder Lautsprecher ist von den Ohren anders entfernt, hat einen anderen Anstellwinkel, und wir benötigen also Software, die sozusagen jeden Lautsprecher so tunet, dass es am Ende so klingt wie auf der Burmesteranlage zu Hause. Design, Sicherheit, Ergonomie und Komfort geben uns vor, wo Bauräume für unsere Komponenten zur Verfügung stehen. Wenn man nur die Musik hört, ohne die einzelnen Lautsprecher wahrzunehmen, dann haben wir unseren Job richtig gemacht. Wir leben und lieben, was wir tun. Und das darf man auch hören.